Turbo Toybox Devolver Digital Lucasfilm Games FMOD Schau das Sammelalbum an, wenn du neu bei Monkey Island bist oder eine Auffrischung brauchst. Äh, okay. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, starten wir ein neues Spiel. Spielen wir Return to Monkey Island. Ich bin gespannt. Auf geht's. Seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play. Wir spielen am Releasetag Return to Monkey Island. Am 19.09.2022 live auf Twitch. Später dann auf YouTube verwurschtet dann Stream Aufzeichnungsparts. Joa, ich würde mal sagen, auf geht's. Ich halte den Mund und genieße das Opening. Und das Spiel. Äh, einfacher Modus, die ganze Geschichte und die ganze Spaß aber mit gelegentlichen Rätseln für den viel beschäftigten Spieler. Schwere Modus, mehr Rätsel, schwere Rätsel einfach. Auf jeden Fall, danke für den beruflichen Abenteuerspieler, der alles will. Ja gut, ähm, ich setze mal auf den einfachen Modus. Ich hoffe, das bietet mir trotzdem genügend Spaß. Ähm, schwerer Modus, äh, bei mir nicht. Bei mir, Gelegenheitsspieler. Der außerhalb der Streams Noted Space kaum was spielt. Ähm, einfacher Modus, würde ich sagen. Nimm's mir nicht übel, aber... Ich nutze den einfachen Modus. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ein unerwarteter Geschichte beginnt. In der Tat. Mach das, Latschuk! Ah! Ghybrush. Komm hier! Gernot. Geh die Maske! Oha. Das Ende von den letzten zwei. Ich wollte die Mutter halten. Uh-huh. Sorry boys, could you stop following us? It's creepy. Yes sir. Come on, I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way, you have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No bullet. Wow. Click on the road to run. Okay. Now I'm talking with Chucky. What the fuck? Okay. Okay. Ähm. Das Ende von Monkey Ender 2. What should we do next? We've got to scurvy dogs. I can't believe we've never had one. Okay. Die Texte da sind auch sehr bedür... sehr... gewinnungsbedürftig, aber... Okay. Da sind wir also. Lass uns mal drüber reden. Ähm. Lass uns mal drüber reden, dass das... Ende von Monkey Ender 2 ist. Wir sind hier raus, hier aus dem Monkey Ender 2 endete, dass wir hier... als erwachsener Geibosch und der Chucky, der... dass wir die in dem Bunker dort besiegt haben oder irgendwie entdeckt haben, dass er unser Bruder ist irgendwie und dann... sehr verwirrend hier bei den Eltern rauskam. Okay. Ich bin gespannt, was hier... was wir hier noch sehen. Wir gehen mal hier rein. Und das haben wir hier. Moment, Moment. Meine To-Do-Liste. To-Do-Liste des mächtigen Piraten Junior. Skurvy Dogs kaufen. Aha. Warum seht ihr diese Bruder an der Jeep? Nee, um die Tresen. Oder den Ding abfragen. Ich habe eine To-Do-Liste von diesen Glässen. Die sind dicker als die Läher von Grease auf dem Boden. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Bilder... ob ich die Textglasen darauf zeige. Eigentlich schon. Ich meine, ich mache das mit den... mit den... mit den... mit den Untertiteln, damit man das... verstehen kann. mit den Leuten nicht so gut verstehen. Einige, wo du gehst, haben Skurvy Dogs mit Cheese drin. Das ist... Die Kinder haben besser Geld. Äh, ja, sie hat alle Art von Geld! Können wir ein paar Skurvy-Dogs bekommen? Natürlich! Wenn du mir ein Stück von Eid, dann ist das Geld, das Gründer benutzen. Ich weiß, was ein Stück von Eid ist. Das ist gut für dich. Du kannst ein paar Skurvy-Dogs, wenn du mir einen geben kannst. Bitte? Du kannst du ein paar Hügel-Dogs geben? Hör auf, du kleine Möcher! Ich erzähle dir etwas. Ich liebe die Skurvy-Dogs. Ich bin ein ehrliches Geschäft, der ein ehrliches Leben zu machen. Ich brauche 50 Kinder pro Tag. Sie kommen in und verbrauchen mein Zeit, versuchen, mich frei zu essen. Die Subtitel sind schon ein bisschen störend, finde ich. Irgendwie stören die das. Ich weiß nicht. Ich werde mal kurz, ähm, ich denke... mit Low-Dogs verwenden. avier-Gründer illustrend. Ich Summit. In die Hügel-Dogs werdenongsbereitet. Zeigge hoch Hadi-Dogs. Nö- pretty much the- Achso, nur Text! Nein, das wollen wir nicht. Wir sollen eine Kondensation haben. Text und Dialoge. Können wir die Untertitel irgendwie kriegen, weil die gefallen mir jetzt im Ernst? Können wir die vielleicht kleiner machen? Sorry, dass das jetzt ungebrechen wird. Hier gibt es so ein Text, groß, groß und klein. Was sollen wir jetzt machen? Schauen wir uns in der Untertitel. Vielleicht können wir genug finden, um Sturridog zu bekommen. Ich bastel hier noch ein bisschen rum, ich will für euch das Beste. Den besten Effekt haben. Ähm, wo war das nächste Sprache? Und ja... Ich stelle mich alles auf klein. Ich bin kein... Vielleicht kein... kein Hintergrund. Das ist besser. Ah, so. So wollte ich sagen. Sieht das besser aus. Was sollen wir jetzt machen? Schauen wir uns in der Untertitel. Vielleicht können wir genug finden, um Sturridog zu bekommen. Okay, ein Schlüssel. Sie legen es auf ein Fuß, um dich von weg zu gehen. Ich bringe es gleich zurück, Herr. Du wärst wunderschön, das zu tun. Ich habe das Fuß von dem letzten Kind, der nicht die Schlüssel zurückgebracht hat. Ja, hier ist das Inventar, haben wir schon gesehen. Es unlockt das Haus außerhalb. Ach, das ist kein Holz... Doch, das ist ein Holzbein, aber eine Münze finden. Das ist ein Holzbein als Schlüssel, als Anhänger für... Was man aus den Freibädern kennt. Und zwar so... 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 so ein... so ein... so ein Klump irgendwie dran. So, dass man... so ein... so ein... so ein... so ein Klump irgendwie dran... So, dass man das nicht klauen kann, den Schlüssel. Fantastisch. Komm schon, gehen wir. So, das Blimmsklo ist da drüben, glaube ich. Es ist lockt. Gute, dass ich die Schlüssel in meinem Schüssel habe. Ja, ich weiß. Es ist nicht das erste. So. Okay. Im Schlamm riechen. Okay. Gehen nach Münzen rühren. So. 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 Eine Schlüssel, die wir noch nicht zurückgegeben haben, und ein bisschen vom Scooby-Duck. Unsere echten Eltern finden. Warum Alvan Unterkunden? Vielleicht geben wir mal die Schlüssel zurück. Sind wir so lieb? Hey, schau! Ich zurück die Schlüssel! Du willst eine Medaille? Die Worte sehen nicht wie Worte, aber es ist eine Bildung eines Scooby-Duck. Wollt ihr wissen, dass deine Füße nicht riechen, wenn du sie nicht weißt? Aha, ok, dann pausieren wir mal das Spiel. Wacken, wacken, Herr Pirate! Hallo? Wacken, wacken! Aha, er ist tot der Welt. Ok. Wacken, wacken. Wacken, wacken. Wir bef tengommen. Eigentlich Sind wir hier nach queda. Ich mache eine ganzetitel der Dinge anmagenni. Ich bin mein Expertenplaner. Da! Perfekt. Ich bin ein bisschen verwirrt hier, was das mit dem ganzen Ding hier... ...herumalbern, unterkunden, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennenschlag, die Ente füttern, etwas Suches zu einem Scary Dog hinzufügen, ...ein Schwertkampf üben, ein 4-blätteriges Kleebert finden, sich etwas an einem Wunschbrunnen wünschen, unser echten Eltern finden... Ich habe noch ein T drücken, um die To-Do-List zu öffnen, ich weiß... ...Chucky zu einem Rennen herausfunden. Ich bin verwirrt, was ich hier sehe... ...ha, erster... ...ha, erster... ...check... ...den Anker müssen wir ansehen... ...das ist nicht unsere Eltern... ...das ist ein cool Anker. Das zeigt, wie wenig Sie wissen über Ankers. Dies ist nicht ein sehr guter Beispiel. Sie wissen das, wenn Sie so viel über Ankers wie ich habe. Sie wissen, dass Ankers originales, nicht die Anker nicht zu halten? Sie sind in der Gegend, die Lüge noch nicht, aber springen... ...also, ich habe es noch... ...die begleiten sie größer und größer, weil sie das so viel gering machen würden. Dann haben die Leute gesehen, was passiert, als du das andere Schiff vermisst und auf den Boden anstiegst. Der heutige Bowschäpe-Design ist eigentlich weniger effektiv als das scharpe V-Shape-Design, das letzte Mal war. Es gibt bestimmt eine Achievement. Interessant. Für den selben Grund. Die meisten Anker sind heute aus Holz. Und sie müssen sie zu zweit im Jahr. Weil sie verraten. Über 30 Jahre vor. Jetzt haben sie alle Artikel über Anker gerichtet. Und sie machen sie aus Holz. Insofern haben alle Artikel viel Geld investiert. Alles was mit Anker so etwas gibt. Aber die einzige Artikel, die sie von flotten, war, um eine andere Anker zu verraten. Und so haben sie verraten. Und zurück zum alten Weg. Das Wort Anker kommt aus dem sanskritischen Wort Magara. Das bedeutet Stadt. Sie werden das genannt. Denn wenn du in der Mitte des Oceans stopfst, ist es so, wie du Porten in einer invisiblen Stadt hast. Ja, ich bin ein bisschen ein Experte an Anker. Ich lebe viel. Wenn du etwas verpasst hast, kannst du... ... was auch immer drücken, um die vorherigen Zeilen zu sehen. Kein Achievement dafür, das finde ich ja... ... was auch immer drücken. Du weißt, dass du ein Skurvy-Duck wärmer kannst, indem du ihn in deine Arme stecken kannst? Ein bisschen Skurvy-Duck. Ein bisschen Skurvy-Duck. Es ist so gut! Entschuldigung! Entschuldigung! Der Einten füttern. Okay! Ah ja Okay, jetzt können wir den Enten füllen. Ich habe ihn von diesem Paar verholt. Komm, Entchen. Du bist mit der Abnachtung. Was ist diese röde Glöbe auf dem Grund? Das ist Ketchup. Es sollte wirklich gut sein mit Skurvy Dogs sein. Du solltest das auf deinem Skurvy Dog stellen. Schwerdkampf üben. Schwerdkampf üben. Schwerdkampf üben. Du solltest das nicht sehr schwer. Ich frage mich, wo dieser Weg geht. Schwerdkampf üben. Du kannst du niemals auf mich behaupten. Du kannst du niemals auf mich behaupten. Du kannst du niemals auf meine Ebene. Ich gewinnen. Ich gewinnen. Ich gewinnen. Du bist beide ziemlich schwer. Ich bin sicher. Ich bin so gut. Du bist so sehr schwer. Du bist so schmerz wie eine Banane. Ich werde dich immer noch auf die Größe schrauben. Ich bin sicher. Ich bin sicher. In deinen Räumen. Du bist so schrecklich. Du bist so schrecklich wie eine Brücke. Du bist so schrecklich wie eine Brücke. Ich werde dich sicherer. Ich werde dich schnell verbrechen. Ich bin so der beste bei mir. Ich bin so ganz geschraubt. Ich habe mich gut gesehen. Ich habe günstig einen Ballstuhl gesehen. Du bist ein Ballstuhl. Du bist ein Ballstuhl. Ich schaue ihn nicht. Wie es ist. Schauen wir uns für einen 4-Lieft-Klover. Okay. Good luck with that. Ich habe einen gefunden! Also bisher ist das alles ziemlich tutorial. Da kann nur noch mehr kommen. Okay. Sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Ich sollte eine Knochen in finden. Ich habe eine extra Knochen in der Backen. Ich kann es fühlen mit meiner Hand. Vielleicht sollte ich das Wunsch aufbauen. Ich dachte nie, ich hätte einen gefunden. Ich wünschte Chucky hätte einen Schnauzbart. Ich wünschte, die würde verschwinden. Ich wünschte mir eine gute Pflanze. Ich wünschte mir noch einen Zubidok. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. Ähm... Ich wünschte Chucky hätte einen Mustach. Oha! Oha! Das fand ich schlecht. Kannst den Spielstand über den Optionsblend schon da haben. Unbedingt. Ähm... Ich wünschte mir meine Knochen in und ein Wunsch machen. Ich wünschte sie alle sehen. Ich wünschte, die würde D abschneiden. Was? Hey! Neut! Auch! Hey! Das ist großartig. Die sind nicht großartig. Ja! Ich wünsche mir eine coolen Wanderung. Eine Wanderung? Wie eine Wanderung. Was für ein Wanderung. Oha! Eine schöne Pflanze So, na dann Ich hoffe, wir machen das Spiel damit nicht kaputt Nee, wird schon nicht Das Spiel sagt es so Wow Noch ein bisschen So, das letzte Ich wünsche ich, wir können nach vorne sprechen Ich wünsche, dass wir nach vorne sprechen wollen Herr, was ist? Ja, Herr, ja... Ja, ja... Ja, ich möchte... Ja, ich gehe... Hallo, Hahahaha Das war so gut Okay, sehr schön. Jetzt finden wir unsere echten Eltern. Vielleicht durch dieses Tor durch. Oh. Hey, Dads. Hey, Dad. Hallo, Mr. Threatwood. Hey, Camps. Habt ihr Spaß? Ja. Ich dachte schon. Er ist alt und erzählt uns vom Kuh nur. Das ist so cool. Das ist so cool. Aber du hast nie das secret. Nicht das echte. Natürlich, aber das ist nicht das, was die Geschichte umgeht. Kinder, lass ich euch eine Geschichte, die über das secret von Monkey Island finden ist. Ist das eine lange Geschichte? Ich denke, vielleicht muss ich das Wasser oder so. Ja. Ich hoffe, es wird eine lange Geschichte. Ich kann meine Tarantula gehen. Vielleicht sollte ich mit ihnen gehen. Nein, nein. Das ist eine gute Idee. See, da war ein rumor, dass mein nemesis, LeChuck, hat sich die gleiche location auf den secreten Monkey Island gefunden. Ich wusste, ich hatte es bevor er hat, so ich bin zu Melee, um meine eigene Expedition zu starten, und beat ihn zu den Punch. Ich habe, was du zu tun, Untertitelung des ZDF, 2020